jetzt testen wir die das glaube ich eine neuheit von letzten jahr sind also funke reibe knaller mit hier so einer schönen reibfläche und einfach mal schauen jetzt im test wie die sind viel spaß so 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 ja leute das war die ganze schachtel funke pedato ihr habt es gesehen im schnelldurchlauf komplette schachtel verheizt kurzes fazit zwar wirklich richtig richtig wo das sind richtig richtig gute böller muss ich echt sagen für normale reibkopf böller einfach spitze so 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 so